Hallo und herzlich willkommen zurück bei Happy Wheels! So, und wenn es die Musik raus ist, können wir auch gleich mal anschauen. Neues Level Happy Wheels Future. Wenn es gehen würde, würde ich auch gerne draufklicken. Okay. Wir spielen es. Ah, natürlich. Welcome Happy Wheels. Okay, dann schauen wir uns die Scheiße mal an. Und ich nehme mal meinen Mauszeiger aus dem Bild. Ja, das habe ich die letzte Mal immer vergessen. Es tut mir sehr leid. Dad? Ja? Dad? Dad? Ja? Was war das? Ich weiß nicht, mein Junge. Dad, du kannst nicht ohne mich. Oh doch, ich kann noch nicht werden. Ohne dich ist viel besser. Aber Dad! Nein! Diesmal nicht. Holy crap! Oh Gott, oh mein... Oh, ich dachte ich hätte es geschafft. Die, die, doe, die, oh, bam, bam. Oh, Backflip! Oh Gott! Oh, ha, 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 ha! Nee! Oh, fuck! Oh, 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 oh! Ne, eh, 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 um... Oh, Backflip! Oh Gott! Scheiße! Okay, wir versuchen es noch mal. Dad! Ja? Warum liegen da so viele Leute rum? Ich weiß es nicht. Backflip! Dad, du verlierst nicht immer beim Backflip! Ist mir doch scheißegal. Ich komm ganz alleine, viel besser zurecht. Oh ja, ich bremse mit dem Kopf. Und Frontflap. Oh wow, das war cool irgendwie. Backflap. Epic Jump. Und ja, Frontflap, Frontflap. Dad, du schaffst es. Oh Gott, Neon Everything. Oh fuck, what the fuck is happening? Oh, what the fuck is happening? What the fuck is happening? What the fuck is what? Wir gucken mal, was das für User-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom-Boom. Hm, Erroron Hard. Das spielen wir doch mal gleich! Hey, Dad! Oh Gott, du schon wieder. Wie war's denn? Das heißt du schon wieder. Ich bin doch dein Sohn. Ach ja, du willst mein Sohn sein. Ja, Dad! Au, 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 oh Gott. Warum hat man das Gesicht? Das haben wir das letzte Mal schon gespielt, oder? Ja, ja. Hobos Box Demo. Ach so, da kann ich jetzt runterfallen, oder? Buh, buh. Und das war's. Na, komm schon. Ja, das war auch irgendwie lame. Schauen wir mal, was haben wir denn da noch schönes hier? So, Survival? What the fuck? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ich muss mich hochziehen. Au! Oh, fuck, fuck. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss mich gegenstellen. Scheiße, oi, der Schwede. Ich versuch's nochmal. Nein, nein, das bricht mir den Arsch. Oder den Rücken. Oder den Kopf. Äh. Kann ich's wegstemmen? Nein, ich kann's nicht wegstemmen. Oh, fuck. Was macht er denn da? Ja, genau. Halt die eigenen Füße fest. So, ja, ja, ja. Ja, wenn ich mal wüsste, wie genau man das... Boah, warte, ich kann's doch wegstemmen. Boah, wie geil. Boah, ich bin so imber. Okay, okay. Also... So, Gott, ich hatte schon wieder meine Maus im Bild, oder? Ah, ich muss das mal lernen. Oh, ja, Haubowheel. Okay, let's get started. Yeah, get me rolling. So, ja, wie geht's denn? Ja, wie... Hä? So? Nein? Ja, so! Aha! Aha! Das ist die Position, die ich brauche. Speed! Ja, so weit recht langweilig. Hobo rolling. Ba-bum. Na, gestern war ich hier unterwegs, ne? Oh, Gott, was ist mit dem Reifen los? Wieso komme ich nicht weiter? Das finde ich jetzt irgendwie schon ganz schön lame, gerade. Ich will irgendwas umbringen. So ein Pennerleben ist halt nicht einfach. Man rollt immer so durch die Gegend, ne? Von... Äh, hier, ne? Von, von Park... Parkbank zu Parkbank. Das war's? Ja, was ist denn los mit den Leuten? Was macht ihr da für Karten? Das ist ja... Okay. Kinder Breaker. Old Man Stinky? Dad! Yeah? Du kannst Old Man Stinky doch nicht dran tun. Oh! Oh, Gott! Oh, oh! Dad! Dad! Aber Old Man Stinky... Dad! 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 Er ist tot. Verdammt, ich dachte, ich könnte ihm mal ein bisschen hoch tanzen. Dad, jetzt tu ihm nicht wieder weh! Nein, Sohn! Ich werde natürlich sehr gut aufpassen. Ah, ja, so geht's. Nee, so geht's nicht. Wie geht das denn hier so? Ich muss irgendwer an dem vorbei. Dad, du musst nicht an dem vorbei. Wir können doch in Frieden leben. Wir leben hier nicht in Frieden. Oh, Gott. Dad! Oh, er hat mir weh getan. Bring ihn um! Aha, jetzt soll ich ihn also umbringen. Und dann die Morden uns befriedigen. Hä, Sohn? Ich hab schon ein Ding im Arsch. Oh, Gott. Ah, warum immer im Arsch? Ah! 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 Dad, nein! Dad! What the fuck? Dad! Dad! Oh, oh, ah! Er steht drauf anscheinend. Das geht nicht. Das ist scheiße. Eine Map, die ich nicht kann, ist immer scheiße. Boah, so. Superman 2. Nein, wir werden jetzt mal... ...sort by Play Count. Zombie Attack. Apun Catch. Okay. Okay, what the fuck? Oh, 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 oh. Ja, nein, nicht gefangen. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Das ist geil. Okay, heute fang ich mir die Apune. Äh, Apune, Japune. Ah! Don't move, okay? Okay. Ah, ah! Gott! Ich wollte ja aber noch die Harpune erwischen. Das muss ich jetzt schon mal geschafft haben. Okay. Ja, 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 jawohl. Ah! Okay. Okay, oh, what the fuck? Okay, okay, okay. Hulk smashed, Double Heart donation, Epic Spike fall hard. Okay. Challenge accepted, würde ich mal sagen. Okay, okay, okay. Nein, 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 nein. Das tat weh. Only for Pros. Bitch, please. Also, aushebeln und dann fallen wir hier runter und lass uns darüber und... Aha, ja, 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 so sieht's nämlich aus. Bam, pack in your face. So, Spacefall survival, ja, okay. Dad, Dad, Dad? Dad? Dad, wo bist du? Sohn? Ich kann dich hören, aber ich sehe dich nicht. The fuck. Na, endlich ist diese kleine Pestbacke nicht da. Dad! Dad, ich bin doch hier. Sohn, ich höre dich nicht, äh, ich sehe dich nicht, also existierst du auch nicht. Hier in der Welt voller Raum und Zeit bist du nur ein kleines Partikelwesen. Du bist nicht real. Nur meine Backflips sind real und ich zeige dir, wie ich krass abgehe. Du, 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 breakdance, Dad. Du, 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 ich bin breakdance, Dad. Ja, und jetzt ist breakdance, Dad gebraked. Ne? Okay, einmal noch, das ist irgendwie ganz nicht so toll. Ja, ja, und jetzt lege ich mir im Rücken auf der Pampelmuse. Ich meine natürlich auf der Melonen. Ja, ja, abstoßen. Komm schon, komm schon, breakdance, Dad. Du, 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 Dad. Hör auf, Geist, rede nicht mit mir. Du bist nicht real. Du bist in der letzten Karte gestorben, Junge. Nein, Dad, Dad. Oh Gott, jetzt habe ich meinen Kopf da eingequetscht. Nein, das ist slime. Ne, komm, ich will irgendwas umbringen. Machen wir mal nochmal kill or be killed, oder? Na, das ist gut. Kill or be killed. Nein, er nimmt das nicht, die Tassenangabe. Kill or be killed. Und so. Neuest. Nein, the magic and five. Natürlich mit den beiden hier. Lol, lol, Dad. Drück nicht auf lol. Oh doch, mein Junge, ich drücke auf lol. Ah. Oh, made a stone of me? Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, ja, das schaffe ich so. Nein! Ah! Scheiße. Ja, das war doch dumm. Was ist denn los? Ich will hier irgendwas, irgendwas kaputt machen. Falling Things. Was ist das? Dad, Falling Things hat sich schon fallen. Oh, 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 oh. Woo, yeah, yeah. Oh, I dodged it. What the fuck? Okay, der Sohn ist immer gleich weg. Platsch. Oh ja, und er liegt da. Da meinte der Dad, der könne nicht Fahrrad fahren, ne? Hab ich schon gleich umgehauen. Da liegt er. Right in the arse. Also, scheiße. Also, schauen wir mal, wenn wir da weiter hinkommen. What the fuck? Oh Gott, ich komm hier durch. Was ist das? Jawohl! Es reicht. Oh Gott. Really hard. Okay. Ja. Okay. Case will not fall down. Case is flat. Okay. Ja. Okay. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ja. Okay. Oh, backflip, frontflip. Ah, das war ein backflip. Halt's Maul. Du kleiner Saftbrack. Pimmel. Oh, oh Gott. Oh, what the fuck. Dad, Dad. Saftbrackenpimmel, sagte ich das gerade? Ja. Oh, 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 oh. Dad, 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 Dad. Du solltest besser aufpassen. Schreib mir nicht vor, wie ich mein Leben zu leben habe. Ja, das hat sich natürlich gelohnt. Das hat sich natürlich gelohnt. Der, äh, vergessene Helm und zwei gebrochene Arme. Dad? Ja? Wie kannst du noch Fahrrad fahren? Ich kann sehr gut Fahrrad fahren. Ich hab Ahnung von Fahrrad fahren. Schreib mir nicht vor, wie ich mein Leben zu leben habe. Da, 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 da. Backflip, frontflip, backflip, frontflip, backflip, frontflip, 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 backflip. Penismodus. Au. Penismodus ist, wenn er keine Arme mehr hat und immer so rum, äh, rumpimmelt. Entschuldigung, ich hab ja auch Minderjährige zuschauen. Also, ähm, ich meine, wenn er halt eben die, die, die Form und, ne, ihr wisst schon, wenn er halt so hin und her schwenkt. Also, was riecht da? Gott, echt, kill everyone. Das kann ich. Ähm, ich kann's zumindest versuchen. Ja, das sollte nicht schwer sein. Ah, das hab ich aber schon mal gemacht. Das ist lame. So, du, 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 du. Es tut mir leid, ich merke mir das immer nicht. Kill your boss. Nein, nein, nein. Oh, go fishing man. Yay, wir gehen natürlich fischen. Oh, was ist das? Ja, ja, Dad, gehen wir heute angeln? Ja, Sohn, wir gehen angeln. Dad, was angeln wir? Ich weiß nicht, eine neue Mama. Dad, magst du Mama nicht mehr? Doch, 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 Sohn. Dad? Ja? Was war das? Ich weiß es nicht. Dad, gehen wir wieder raus? Ja, mein Sohn, wir gehen raus und gehen hier drüben runter. Und wir gucken mal, was hier so los ist. Oh, Dad, ich find's so schön, dass du so viele Ausflüge mit mir machst. Das ist so nett von dir. Weißt du, Sohn, du nervst. Ich brauch mehr, mehr Action, mehr Blut. Very hard mine run. Das hört sich doch an, als wär's. Sensei says, use Timmy wisely. Okay, okay. Ja, so weit ganz gut. Ja, so weit ganz gut. Oh, oh. Okay, also wir müssen die Dinge hier dodgen. Ja, 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 so weit ganz gut. Okay, nein, 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 geht weg von meinem Kopf. Okay, passt schon, nehmt ihm. Tötet nicht mich, ich habe einen Sohn. Tötet den. So, ähm, ja, dann können wir nochmal. Don't move, nein, don't move sind blöd, my kids. New character. Error run. Wir machen nochmal einen Error run. So. Ah, den haben wir vorhin schon gemacht. Trollolol. Ähm, bam, 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 bam. Wollen wir nochmal kill or be killed? Machen wir das doch nochmal. Kill or be killed. Ach, das hatte ich gar nicht gemacht, oder? Kill or be killed, V5, die kenne ich noch nicht. Oh, fuck. Oh, okay, okay. Sag mal, nein, nein, nein. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Also, so, so. Okay, okay, ich habe, nein, ich habe, nein, ich habe, scheiße. Okay, okay. Nein. Nein, 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 ich brauche noch eine Waffe. Oh, Gott, wie schaffe ich denn das? Wie geht denn? Wie komme ich denn hin? Geh weg, du Penner. Ah, jetzt habe ich sie. Scheiße. Okay, okay, aber ich habe es raus. Nein, aha. Ja, toll. Oh, Gott. Mein. Oh. Hey, Ladies, guck mal, was ich hier habe. Ein Schwert. Ja, er kann sich natürlich selber... Ja, was machen Sie denn da, junger Mann? Ähm, also... Nein. Nein. Nein, du blöder Penner. Es ist unglaublich. Ja, so. Und... Ja, genau, das wollte ich machen. Nein, nimm die Axt, Mann. Nimm sie. Er nimmt sie nicht mehr. Er nimmt sie nicht. Wir versuchen es noch einmal. Ich muss das doch schaffen. Das gibt es auch nicht. Unfassbar. Ja, das war gut. Das war toll, Pecky. Ah. Ah, er kommt nicht ran. Er kommt nicht ran. Er kommt nicht ran. Ich muss das Schwert an mich nehmen. Ich muss das Schwert an mich nehmen. Ich verprügel dich, du Ausgeburt des Teufels. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, ich kann hier auch nicht rumspringen oder so. Okay, lassen wir das. Ich schaffe das nicht. Machen wir noch mal einen anderen. Ähm, da haben wir noch einen. Globikast. Saulustig. Ja, natürlich nehmen wir den. Oh, oh, oh. Okay. Nein, wie schaffe ich denn das? Wie kann ich den da raus? Ja, okay, das stimmt. Ja, ja, dich mach ich fertig, Alter. Dann im Wrestling. Und runter. Bam. Ich brauch ein Schwert. Ich brauch ein Schwert. Das ist irgendwie ganz geil. Aber ich hab deutlich überlebt. Zwar mit einem Schwert irgendwo. Ja, das hat ihn noch ordentlich erwischt. So, okay, noch einmal. Ah, fuck. Ich muss da schneller sein. Ja, oder so. Ride in your ass. Gibt's doch nicht. Okay, jetzt hab ich inzwischen den Bein. Oh, fuck. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was haben wir denn hier noch? Kill or be killed 4? Ich glaub, das hatten wir schon. Oh, ja, das hatten wir schon. Aber das macht nichts. Das ist nämlich lustig. Nein, 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 nein. Gibst du mir die Axt? Na los. Gib schon her. Na komm, na komm. Na komm. Gibst du mir die Axt? Ja. Ja, das hast du jetzt davon. Oh, okay, ich bin auch irgendwie tot. Okay, okay. Ja, komm, fall nach hinten um. Au, au, oh Gott. Mein Gesicht, mein Gesicht, nein. Mein schönes Gesicht. Das war gut. Das war super. Und jetzt noch die fette Frau. Ja. Nein, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Nein, okay. Ah, 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 ah. Fall, fall. Ja, schön. Was ist denn mit mir los? Wieso? Ich bin wirklich mal rhythmisch. Au. Also, das ist ein bisschen doof gerade, weil ich das hier nicht so hinklicke. Nein, ich will nicht, dass du mir was tust, guter Mann. Wie er wegfliegt, ist so geil. Scheiße, nein, ich brauche eine Verteidigung. Au, 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 nein. Nicht meine Eier. Oh Gott. Okay, Leute. Wir machen jetzt nochmal einen Harpoonrun. Und dann ist es auch gut für heute. Seht ihr schon? Hier, 19 Minuten Folge. Hier, Wahnsinn. Ähm, ne? Jetzt lädt das nicht. Doch, da, Harpoonrun. Bam. Harpoonrunner. Ah, 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 ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah, man. Okay, ach so, da kann man dagegen ziehen, ne? Das ist doof. Ich will mit den Kleinen. Ich will mit den Beiden. Ich will mit den Beiden. So. Dad, Dad, da steckt der Harpoon in mir drin. So, und das interessiert mich einen Scheißdreck. Aber Dad, wir müssen uns weiter fortbewegen. Dad. Dad, du kannst dich doch nicht einfach so hängen lassen. Oh, oh, oh. Dad, 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 dad. Harpoonrun. So. Machen wir den noch. Und Dad, wir müssen wieder Harpoonrun. Dad, ich hasse diese Scheiße. Nein, so. Und wir machen das, damit du... Haha, du bist. What the fuck. Dad, sei vorsichtig. Ja, ich bin immer vorsichtig. Schreib mir die Vorhinein, wie ich Fahrrad zu fahren habe. Ich hab Ahnung von Fahrradfahren. Wie oft sage ich dir das schon? Dad, aua, Dad. Jawohl. Ich hab's noch geschafft und alles zerfetzt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.